Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich möchte euch heute mein Büro zeigen. Das ist mein Büro. Es ist klein aber fein. Ich habe einen LED Streifen rund um den Schreibtisch angebracht. Der scheint in lila und weil die Wand lila gestrichen ist, Fliederfarben und da nehme ich meine Podcasts und meine Radiosendungen auf mit dem Mikro. Es ist ein Mac Mini an Bord, ein Curve Display in Full HD und noch einiges weiteres. Und als nächstes seht ihr das Bild von meinem Schminktisch. Der ist selbst gebaut, also zumindest der Teil an der Wand. Den haben meine Eltern erweitert und das ist jetzt mein Schminkplatz. Das sind zwei sehr unterschiedliche Interessen. Aber ich bringe das unter einen Hut und das ist mein Leben und meine Plätze, wo ich mich am meisten aufhalte und wo ich viel Spaß habe. Meine Schminksammlung ist groß, meine YouTube-Kanal. Infos dazu findet ihr in der Infobox. Und mein Facebook-Account ist auch verlinkt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt. Liebe Grüße, Ciao, eure Ines.